scheiße hallo und herzlich willkommen zur freakshow der zauberer nein zu trine was immer den 5 5 glaube ich ja wir sind etwas neben uns weil wir heute schon so viel aufgenommen haben ich weiß nicht was der ep eigentlich für ein blödsinn machte sich ich suche immer noch den teil der waffenkammer zu finden der verzauberten waffen und kampf magie gewidmet war rüstung ist wirklich nicht mein stil ja gut jetzt kannst du da noch mal eins gegenlegen warte mal ich das klauen ja doch warum machst du das jetzt daran da musst du schräg machen höchstens ein schräg an schräg andersrum ja ja die frage ist nur was bringt also wir müssen nach links er sich selber schräg doch mal andersrum nee warte mal lass uns mal eben beide nach oben können wir von hier ja doch können wir nein warum machst du das jetzt hallo ich bin hier gerade am zaubern nein du kannst es ja nicht muss alles alleine machen was das ätzend wenn beide zauberrassen es geht ja weg habe ich mich jetzt erschrocken ich auch ja toll es bringt mir ja sogar nix hier doch macht das mal wieder andersrum nein wir müssen da hoch nach oben ja wie sollen wir das denn machen mit einem spruch nein damit du kannst nicht mann du hast mir den platz weggenommen boah ey weißt du ich baue da so schön das auch und die wieso geht das nicht hoch wir brauchen die kugel ja aber das muss doch hoch gehen boah habe ich mich jetzt bei mir da drauf gestanden ach so das ist dann damit wir die kugel da drauf kriegen ja jetzt geht es aber gut schatz ja nein ich merke schon wieder da unten drunter ist die kugel die kugel kann man hier auch nehmen oh ja guck mal her so nee da komm ich nicht drauf mach mir meine verbindung bitte ja bisschen höher so bau keinen scheiß wenn ich dir das gebe ich habe gesagt habe keinen scheiß damit du nach oben gehst was soll das ich will nicht nach oben die frage ist jetzt nur ach so warte mal wahrscheinlich noch mal noch mal ich dachte ja ich dachte es geht dann da müssen wir jetzt durch wollt ihr mich veräppeln ich bleib hier wie kann man das kaputt machen das muss doch auch damit gehen ja du musst das ja genau geh doch mal da runter man ja du willst es ja nicht weg tun man doch ich will hier weg weil er schießt mich die ganze zeit hallo katze das kann ich gut gebrauchen warum ich denke wir auch was bringt uns das ich glaube die muss hier dran mach die mal hier dran ja aber du musst das doch drehen wieder ja das kannst du doch nur mit der kiste äh ja ah ne das kannst du gar nicht mit der äh hu geht damit geht's auch nicht doch warte ja aber das ist scheiße dreh das nochmal zurück ach so mach das mal los ne mach das mal los und dreh das ja das geht nicht aber du kannst dich loslassen weißt du was das problem ist ich weiß was das problem ist die kugel muss auf der plattform hier sein ja aber warum wo ist die jetzt wo ist die ja ey lass die denn mal da drauf liegen so nein was machst du denn da ich will das hier raus machen so ach ne die geht nicht runter ich dachte die geht runter dann ah ah warte mal ja was machst du jetzt ne ne steiße ja das ist mir schon aufgefallen wenn ich nehmen warum kann ich die kugel nicht nehmen ich kann die nicht mehr nehmen da jetzt nein so nicht andersrum geht das nicht ja aber das ding ist zu wir müssen das doch mit dem kleinen würfel machen vielleicht kann ich da mit das drehen aber du hast auch eine kugel mach den würfel mal dran dran machen aber schwierig unten kriegst du nicht rum oh ne nehm nimm die mal vorsichtig weg äh sie hängt ja sie ist eingequemmt warum kann ich jetzt nicht mehr nehmen ja aber ich kann nicht warte 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 du musst was anderes von der seite noch machen ja komm weiter mit der kugel ja weil ich da drauf stellen kann sonst geht das nicht ja mehr kann ich nicht noch was noch was noch was noch was noch was noch was ja darfst nicht loslassen aber ich häng hier drunter ich häng hier drunter komm weiter 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 ja immer wenn du drauf gehst fällt die kugel weg lass mich doch nochmal die fällt ja bitte mach nein 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 das geht so nicht ja du hast sie weg geholt Warte mal eben. Was wäre denn? Das ist jetzt vielleicht ein ganz dummi... Hier passt das nicht. Nein, nein, nein. Oh, nee, du warst nicht da. So geht das natürlich nicht. Ja, wie gesagt. Wieso ist das jetzt deine Platte? Ja, du musst schon ein bisschen helfen. Ja, ich weiß nicht, was du machen willst. Du machst da wild was. Du musst immer noch das Ding dranbleiben und ich will es drehen. Nur wenn du natürlich komplett... Nein, so kann ich überhaupt nichts drehen. Das Problem ist, wenn ich natürlich keine Hilfe habe, kriege ich das Ding nicht hin. Das müssen wir zu zweit machen. Ja, was willst du jetzt machen? Dass du endlich das mal... Dass die Dings wieder daran machst. Was ist die Dings? Das, was da vorher dran war. Das, den Würfel. Kiste, so. Ja, dann sag's doch. Nein. Mann, wieso dreht der das jetzt hier? Ach so, weil ich das vorher... Ah, okay. So, jetzt halte ich mal bereit und hau nicht wieder ab. Ja, es geht runter. Nee, ich bin nicht schwer genug. Es funktioniert nicht als Person, man muss es anders machen. Das war ja schon nicht schlecht gerade, aber da muss ich auch ein Teil haben. Hä, wieso ist das jetzt weg? Ja, weil das weggemacht ist gerade. Ach so, man kann ja nur eins machen. Nee, dann geht's gar nicht. Keine Ahnung. Was ist denn, wenn ich die hier dran mache? Ende dann, aber damit das... Da kannst du ja gar nichts mehr drehen, ne? Nee. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, weil das so rund ist, dass wir das da dran machen können, aber das dreht sich ja nicht komplett hier. Das ist ja das Problem. Das ist ja hier. Hier ist das denn ja Ende quasi. Nee, das kannst du vergessen. Nee, dann geht das weg, ja. Also, meines Erachtens ist das die einzige Möglichkeit, es da mitzumachen. Und mit der Kugel wahrscheinlich. Damit nicht. Ich kriege das Ding gerade nicht nach unten. Wieso kann ich das nicht nach unten bewegen? Wenn du da so gerade drauf stehst, funktioniert das dann auch nicht? Nein. Ja, aber schon links... Ja, so nicht. Er dreht sogar zurück, wenn ich auf dem Rand stehe. Er dreht da zurück. Sollst du die scheiß Kugel machen? Kuh? Achso, du hast ja was damit erkannt, dass da Tua... Steht doch da oben an. Warum lügt dir das jetzt nicht mehr? Hä? Also, die Kugel ist meines Erachtens die einzige Möglichkeit, wie man es überhaupt rumkriegt. Ja, aber du kommst ja hier nicht runter. Das ist ja das große Problem. Ja, und sobald das bewegt wird... Ich verstehe nur nicht, warum diese Plätte hier ist. Mach mal nochmal dagegen. Mach nochmal dagegen. Von unten kann man auch nicht. Aber sobald ich dann da drauf gehe, kannst du auch die Kugel nicht mehr festhalten. Achso, man kann ja. Das Problem ist halt, dass wir nicht wechseln können. Uh! Nimm mal die Kugel vorsichtig zu dir. Reicht das? Ne, jetzt fällt der wieder zurück aus. Ja, weiß ich ja nicht. Du bist ja nicht weg. Ja, hallo, ich stehe im Weg selber. Ja, dann geh doch mal weg. Mann. Was versuchst du da? Also meines Erachtens ging das höchstens, wenn man die Kugel hier drunter kriegt. Hier auf der Seite drunter kriegt. Da müsstest du jetzt einmal auf den Würfel gehen. Geh mal rauf auf die andere Seite. Am Rand. Die ist auf die andere Seite. Hänge nicht mal da dran. Kann ich nicht. Damit der hoch... Doch, man kann sich... Man kann sich so ab... Ja, aber der geht hier mal automatisch hoch. Ne, aber er hängt auch. Das geht nicht. Boah, jetzt kann ich die nicht mehr bewegen. Willst du mich... Was ist das, ey? Jetzt kann man sie nicht mehr nehmen. Wieso kann ich die nicht da drunter machen? Weil du gerade stehst. Ja, weil es... Wenn ich weiter weg stehe, dann gerne ich das Ding nicht mehr benutzen. Was ist das, ey? Keine Ahnung. Ja, wieso kann ich die... Boah, wieso ist die jetzt weggegangen? Willst du mich verarschen? Wer hat die jetzt weggemacht? Ich hab nix gemacht. Schon wieder weggegangen? Also ich mach nix. Oder hat das was mit dem Feuer da zu tun eventuell? Ne. Ja, weil jedes Mal, wenn ich das da drum mache, geht die weg. Komm, geh hoch hier. Da. Schon wieder weg. Komisch. Wollt ihr das weg? Achso. Na, das hat aber gereicht. Ein Zauberer muss mit Bällen und Stahl umgehen können. Oh. Mit Bällen und Stahl, ja. Was ist das denn jetzt? Was ist das, was dem dran hängt? Hallo. Ich kann dem Wasser nichts machen. Ne, obendrauf legen muss es. Oh, ich seh' nix mehr hier. Ja, ich geh' nochmal drüber. Ne, fast. Ja. Was bringt mir das jetzt? Ich hab da jetzt in der Mitte nichts mehr. Ja, Moment. So weit komm ich nicht, oder? Ne, ne, du musst schon ne Platte machen am besten. Ja, wo soll ich die hinmachen? Ja, in der Mitte. Ja, warte, warte, warte. Nicht so weit, nicht so weit. Achso, scheiße. Ähm. Dann, wenn ich jetzt ne Platte mach, dann ist die weg. Mach mal ne Platte und leg die mal bei mir hier oben hin. So, genau unter der. So, stopp, stopp, ein bisschen nach links. Ja, ja, so. Hat sie eben gerade, glaub ich, ne? Oh. Oh. Ja. Aber das Problem ist, mach mal ne Kieße da drauf. Nein. So. 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 Na. Kriegt uns das jetzt irgendwas? Oh. 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 Ja, ich bin durchgekommen. Das bringt es uns. Nein. Was machst du denn jetzt? Hast du es weggenommen? Nein. Ah, jetzt. Doch, du hast mein Ding weggenommen da oben. Nein, ich bin die ganze Zeit hier unten mit dem Ding dran. Warte mal, da oben links ist noch was. Kannst du da hochklettern? Nee. Doch. Wo ist dein Würfel? Ja, den hast du weggemacht. Nein, ich kann deine Sachen nicht wegmachen. Doch. Nein, du sollst dich da nicht draufstellen. Nee, du musst das... Nee. Du müsstest theoretisch nach rechts... Nein. Du musst es wieder drehen, wie das eben. Ja, warum? Da ist doch nichts zum drehen. Doch, dann kommt das Teil runter. Ach so, meinst du? Ja. Aber man muss es mit der Kugel wahrscheinlich drehen wieder. Na, jetzt habe ich es. Oder runterdrücken. Ja, oder so. Geh weg. Geh weg mit der Kugel. Ja, dann komme ich halt nicht runter. Nicht hoch. Du brauchst doch nicht hochkommen, das mache ich schon. Mann, ey. So, die Perfekt jetzt an den Kopf. So. Boah, wieso hat der das... Nein. Was jetzt? Toll, jetzt können wir die Sachen nicht nehmen. Bin zurück. Und mit vollen Händen. Aber sie sind wortwörtlich leer. Mal sehen, was du hast. Ja. Die Sachen konnten wir jetzt leider nicht nehmen. Schade. Aber ich würde sagen, wir machen hier trotzdem einen kleinen Cut. Weil ich denke, dass der nächste Teil dann ein wenig länger dauern wird. Das denke ich schon. Außerdem muss ich mal dringend ins Bettchen. Ja. Ich auch. Ich sage dir mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.